Hallo und herzlich willkommen bei Secret Vibes. Jetzt nach einer längeren Pause, wo andere Sommerpause machen, geht es hier wieder los. Und wir steigen gleich ein mit einem Thema, den Menschen in tiefster Meditation erfahren können, aber auch in einer wahnsinnigen Alltagssituation. Die Auflösung des Ich-Bewusstseins. Was ist das? Und das Gehirn ist dabei fast am Auflösen. Dieses Phänomen, das schauen wir uns heute genauer an. Auf der einen Seite, ich bin drauf gekommen durch die Fußball-Europameisterschaft, die gerade war. Und da hat man das bei den Holländern gesehen. Ich zeig dir jetzt hier ein Video, wo die wie eine einzige Masse nach links und nach rechts getanzt sind. Und Elias Canetti, ein österreichischer Schriftsteller und Philosoph in den 1960er Jahren, der hat es in seinem Buch von Massenphänomenen erklärt. Man weiß das schon seit Jahrtausenden. Aber er hat es erklärt, weil er in der Nähe eines Fußballstadions gewohnt hat. Und da hat er jedes Wochenende das Ding bemerkt, dass die Leute dorthin kommen, in so ein großes Stadion, um ihr Ich abzugeben und Teil eines etwas Größeren zu werden. In einer großen Menge und das Gefühl dabei zu haben, ich bin Teil von etwas Größerem, was über mir ist. Das gibt den Menschen so eine magische Anziehung, dass da passiert so viel in denen, dass sie das immer und immer wieder erleben möchten. Und dann kam mir das, wenn ich das in meiner Gong-Meditation, in der White-Sound-Meditation, und auch genau darauf eingehe, was ist die Auflösung des Ich-Bewusstseins, so dieser höchste Art von Zustand, den du zum Beispiel in einer White-Sound-Gong-Meditation erleben kannst. Was passiert da? Was ist das genau? Und dann machen wir diesen Schwupps von den Leuten, die in großen Mengen zum Beispiel etwas Gemeinsames betrachten oder bei etwas Gemeinsames bei sind, wie ein Fußballspiel. Das gleiche passiert im Übrigen auch bei Rock-Konzerten. Das erste Mal habe ich letztes Jahr auch in München im Olympiastadion erlebt und bin deshalb, weil mich das so fasziniert hat, absichtlich zur gleichen Band, das war Deepish Mode, nach Prag gefahren. Dort war das in der Halle, nochmal etwas gedrängter. Und genau da stellt sich auch dieses Gefühl ein, ich bin Teil von etwas Größerem. Und dafür gibt es ein paar Bedingungen, die es dafür braucht, damit dieses Auflösen des Ich-Bewusstseins funktioniert. Die eine Bedingung dafür ist, du brauchst sehr, sehr viele Menschen, die das Gleiche machen, die das Gleiche empfinden und damit auch die gleichen Schwingungen aussenden. Und die Schwingungen, die ich aussende, die empfängt der Nächste und er sendet sie wieder aus und wieder der Nächste und wieder der Nächste. Und so geht das weiter, bis diese gesamte Masse in seiner allergrößten Einheit erfasst ist davon. Dann braucht es etwas Größeres, etwas Höheres, was es in irgendeiner Form leitet. Das kann ein Fußballspiel sein, das kann ein Rock-Konzert sein. Ich habe aber auch in meiner Ausbildung schon von welchen gehört, die das sehr, sehr kritisch sind und sagen, das kann man aber auch missbrauchen. Ja, das geht. Und das kannst du auch missbrauchen, genau dieses Gefühl, diese Emotion, die Auflösung des Ich-Bewusstseins. Das haben die alten Völker schon gemacht. Das haben sie während der Antike gemacht. Und ja, das haben sie auch im Dritten Reich gemacht. Aber sehr, sehr bewusst eingesetzt. Da kannte man das also schon. Musste man nicht auf Karnetti in den 1960er Jahren warten. Jetzt bin ich nicht derjenige, der das in irgendeiner Form missbraucht, sondern der dieses Urgefühl der Vernetzung, des Teils eines großen Organismus zu sein, dieses Ding einfach mitbeschreibt und dieses auch weitergibt. In der Meditation ist es so, wenn viele Menschen gleichzeitig in einem Raum meditieren, ich habe das bei einem weißen Tantra mal erlebt, hat nichts mit den anderen Tantran zu tun, bei den Kundalini-Yogis in Frankreich, drei Tage lang. Und dort entsteht das bis zum gewissen Grad auch. Es war meiner Meinung nach nicht so intensiv, weil sehr, sehr viele von denen in körperlichen Themen drin waren. Körperliche Themen wie, ich kann die Position nicht halten, ich kann nicht, mir tut mein Knie weh, mir tut mein Rücken weh, weil solche Übungen über 31 und 62 Minuten lang gingen. Da haben sie sich meiner Meinung nach jetzt im Nachhinein betrachtet, was verschränkt die Yogis? Wäre auch ohne diese Körperhaltung, einfach in einer guten sitzenden Haltung, die gleiche Wirkung, denn die passiert in erster Linie im Kopf. Und was im Kopf passiert, das kennt man aus der Meditationsforschung, aus den Neurowissenschaften heraus, dass nämlich du nicht wie bei der normalen Meditation unten im Täterbereich irgendwo bist, manche sogar noch im tiefen Alpha-Bereich, sie sind also noch im Bewusstsein da, sie können ja Bewusstsein steuern, dann gehst du runter in diesen Täterbereich und kommst in dieses Unterbewusste hinein. Deshalb schlafen auch manche ein, das ist der gleiche Bereich wie Hypnose oder Trance. Und bei diesem Überbewusstsein, bei diesem Ding, was über mir ist, wenn ich dieses Ich-Bewusstsein, die Klarheit, ich bin ein einzelnes Wesen, auflöse, dazu schießt du dann durch in den oberen Bereich, wo deine Gehirnwellen ganz, ganz schnell schwingen, das ist der Gamma-Bereich. Und dort, dort passiert, wenn du in der Meditation bist oder wenn du mit vielen Menschen das Gleiche machst, genau das, dass sich dein Ich-Bewusstsein, ich bin ein einzelnes Wesen, auflöst und dass du Teil von einem großen, gesamten Organismus wirst. Und das ist das Faszinierende daran. Wir sind alle miteinander verbunden, das sagen ja ganz viele, wir sind alle miteinander verbunden, das sind wir ständig. Das stimmt auch und doch stimmt das nicht, denn man kann diese Verbindung ganz einfach kappen, indem wir sehr, sehr klar im Ich-Bewusstsein sind, im Materialismus. Ich brauche, ich brauche so kleine Kopfhörer, ich brauche hier ein LED-Licht, ich brauche, ich brauche. Er ist ein Mangel heraus. Materialismus bedeutet, ich kaufe und ich definiere mich über das, was um mich herum ist, was ich geschaffen habe, was mir geschaffen wurde, was ich gekauft habe, Materie einfach, Materie. Und wenn du dich davon lösen kannst, dann kannst du diese Verbindung wieder aufbauen und das gelingt uns heute im Alltag ständig nicht so und deshalb brauchen wir besondere Situationen. Deshalb gibt es zum Beispiel auch Menschen, die jede Woche ins Fußballstadion gehen, weil sie dort dieses Gefühl bekommen, die jede Woche gemeinsam, zum Beispiel, bleiben wir wieder bei dem Beispiel Fußball, in einer Gruppe, in einer Fußballkneipe gucken. Dort gibt es Rituale. Dort kommt man schon eineinhalb Stunden vorher an. Dort trinkt man zum Beispiel Alkohol. Das sind bewusstseinsverändernde Zustände, das in ein Selbstsystem eingreift. Andere Urvölker haben das mit anderen bewusstseinsverändernden Substanzen gemacht. Sei es jetzt mit Pilzen, sei es jetzt mit Wurzeln, die wussten, was das ist. Alkohol ist nichts anderes. Das spielt genau in dieser Liga mit. Dann bringen sie sich absichtlich in diesen Zustand, damit dort dieses Gemeinschaftsding wieder entsteht. Und dann braucht es da vorne immer jemanden oder etwas, das außerhalb von dieser Gruppe geschieht und was sie in irgendeiner Form leitet. Das kann eben ein alter Schamane sein, das kann aber auch eine Leinwand sein, wo man Fußball guckt. Das kann eine Rockband sein, das kann eine Popgruppe sein, das kann jemand sein, der eine Meditation anleitet. Das ist immer eine der Bedingungen davon. Das geschieht nicht einfach von selbst. Wir verbinden uns jetzt wie magisch von selbst. Dort gibt es etwas, was diesen Auslöser hat und was dann durch diesen Prozess hindurchführt. Und das sind ein paar so Dinge. Und wenn man das mal genau weiß, wenn man das weiß, was passiert da, was muss ich tun, was brauche ich dafür, um mit diesen Schwingungen zu arbeiten, dann ist es ja bei Musik zum Beispiel ein immer sich wiederholender Beat. Es ist eine Form von Ritual. Es ist beim Fußball, Fußball ist komplett ritualisiert. Es ist etwas, was uns zusammenbringt. Farben, Trikots, die weißen Yogis. Ob ich jetzt ein gelb-schwarzes oder ein schwarz-weißes oder weiß-schwarzes Fußballtrikot an habe oder ob ich weiße Yoga-Klamotten an habe, ich spiele. Beide sind in der selben Ebene. Es sind nur zwei verschiedene Welten. Und deshalb vergleiche ich die auch absichtlich. Bei manchen Rockbands ist es so, dass ein ganz, ganz großer Teil der Fans in einer bestimmten Farbe kommt. Bei die Peschmau zum Beispiel ist es schwarz. Warum? Ja, das geht auf die 80er Jahre zurück. Und jetzt die Frage an dich, hast du das selbst schon mal erlebt, dass du in einer Situation warst, in so einer Trance-ähnlichen Situation, wo sich das dann eben aus diesem, du bist in einem Trance-Zustand hoch eskaliert. Deine Gehirnwellen in den Gamma-Zustand kommen und sich dein Ich-Bewusstsein auflöst. Das kann eine Sache von Sekunden sein bis hin zu Minuten und dann geht es wieder raus. Oder das kann noch länger dauern und dann kommt man auch in eine Form von Rausch-ähnlichen Zustand. Dieser Zustand ist so extrem anders als unsere gesamten Alltagszustände und da passiert so viel Emotionales im Körper hier. Der Geist ist im Gamma-Zustand. Hier der Körper, der sprüht nur so von Dopaminen, von Endorphinen. Körperfunktionen werden runtergefahren. Du musst dabei nicht aufs Klo gehen. Du hast Glücksgefühle dabei, dass Menschen, die dann ihren Alltag danach wieder leben, sich danach sehnen, diesen Zustand wieder zu erreichen. Sie gehen wieder zu einem Meditationsretreat, sie gehen wieder zu einem Fußballspiel, sie gehen wieder zu einem Rockkonzert. Das war bei mir diese Beobachtung, die ich in München gemacht habe. Ich wollte das mal sehen, ob man das wieder herbeiführen kann. Ja, das ging. Ich habe das dann wieder erlebt. Und ich würde das tatsächlich wieder machen. Dieses Gefühl dabei zu haben, das ist so berauschend und diese Auflösung des eigenen Ich-Zustandes und Teil eines großen Organismus zu sein. Das ist wie, ich zeige das mit meinen Fingern hier, mit meinen zehn Fingern, wenn die sich alle berühren und dann sind noch hunderte und hunderte und tausende weitere Finger da. Das geht so weit, das geht so tief, dass es eine der Ursehnsüchte von uns ist, Teil von diesem etwas Größerem zu sein. Und nicht für sich ganz alleine oder ich habe hier meine Familie mit vier Personen, aber da trennt uns ja der Alltag. Da müssen wir funktionieren, dort ist Schule, dort ist Arbeit, dort müssen wir einkaufen fahren, da sind wir weit, weit davon entfernt. Und deshalb ist, wer das einmal erlebt hat, diese Sehnsucht so groß, das wiederzuerleben, weil das, was der Körper dabei erlebt hat und was wir mit den Augen dabei gesehen haben, dieser Gehirnwellenzustand, das wird wie eine Kapsel gespeichert und geht ins Langzeitgedächtnis. Und dort entsteht dann diese Sehnsucht des Körpers, der danach ruft, hey, ich will das wiederhaben. Und dann kannst du zu Situationen gehen und dich in Situationen bringen, wo das wieder ist. Große Meditationsereignisse, wo dann in so einem Saal mal 500, 800, 1000 Menschen sind. Und wenn derjenige, der das anleitet, genau darauf hinarbeitet und weiß, wir gehen jetzt auf die Auflösung des Ich-Zustandes und das Überbewusste hinein, dann kannst du das erreichen. Und ich kenne ein paar, die reisen tatsächlich auch dorthin, um das zu erreichen und zahlen sehr, sehr viel Geld dafür. Andere reisen zum Fußballspielen und zahlen sehr, sehr viel Geld dafür. Die beiden sind, wie gesagt, auf einer Ebene. Es ist, was im Körper geschieht, das Gleiche. Und es ist eine der Ur-Sehnsüchte von uns Menschen. Ich bin Teil von etwas Anderem, von etwas Größerem. Da verbinde ich mich wieder bei denen. Und in Meditation zusammen mit Gong, mit Schwingung kannst du das auch erzeugen. Du musst allerdings den Rahmen darum herum auch bauen. Einfach nur hinlegen und losspielen. Da wird nichts passieren. Da sind die Leute unten im Täterbereich. Im Idealfall, es geht ihnen gut, sie sind im Entspannungsbereich. Aber sie sind nicht im Bereich des Überbewusstseins. Dafür braucht es ein bisschen mehr. Und dafür braucht es in der Regel auch mehr Teilnehmer. Je mehr Teilnehmer du hast, umso leichter gelingt es, weil sie sich gegenseitig mit ihren Schwingungen ja beeinflussen. Das, was ich hier ausstrahle, das nimmt der andere auf. Und das, was viele andere ausstrahlen, nehme ich auf. Und damit verändert sich so ein Gruppenbewusstsein hin zu einer Form von Überbewusstsein. Da geht das. Und je mehr Menschen du hast und je besser das in irgendeiner Form räumlich ist, umso mehr kanalisiert sich das auch da drin. Und dann kannst du dein Ich-Bewusstsein auflösen. Dann kannst du Teil von etwas Größerem sein. Und dann kannst du auch in diesen Gamma-Zustand kommen, den du im Alltag, ich würde mal sagen, nie erreichst. Und den du bei einer einfachen Meditation, die du für dich alleine täglich machst, nie erreichen wirst. Dafür musst du nicht spirituell sein. Deshalb benutze ich gerne das Beispiel der Pop-and-Rock-Konzerte und der Fußballspiele. Aber du kannst es durch Spiritualität und durch Meditation genauso erreichen. Sie sind aber tatsächlich beide auf der gleichen Ebene und mit beiden Körpern passiert genau das Gleiche. Du bist Teil von etwas Größerem. Und dieses Gefühl dafür, da würde ich dir echt empfehlen, wenn du das schon mal erlebt hast, hol dir das immer wieder. Und wenn du das nicht erlebt hast, dann fehlt dir was. Schau mal und überleg mal, wo könntest du das?